Darauf haben viele gewartet. Im Juli bringt BMW die Coupé-Version des Z4 ab 38.900 Euro. Das Design orientiert sich am Roadster. Kurze Überhänge, langer Radstand, betonte Kanten. Auch der Innenraum bleibt unverändert. Als Antrieb dient der bekannte 3 Liter Reihen-Sechszylinder mit 265 PS. Serienmäßig ist der Zweisitzer mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe ausgestattet. Noch sportlicher ist das Z4 M Coupé mit einem 3,2 Liter Motor und 343 PS. Zu haben für 55.900 Euro. Das Z4 M Coupé mit einem 6-O-Jet-Besisch. Es kann nur einen 3-O-Jet-Besisch. Ja.